Dieses Video ist unterstützt durch eine Produktplatzierung. Weiteres dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich exklusiv Game-Footage, was ihr so noch nicht vorher gesehen habt. Auf der E3 sah es schon sehr cool aus und ich bin gespannt, was uns heute hier erwartet und wie es sich anfühlt. Ich bin wirklich gespannt. Mal gucken, hau rein! Hallo! So, bevor es gleich an die Playstation geht, um Titanfall zu spielen, müssen wir uns natürlich noch vorher stärken. Hier einer von vielen Fressstationen, ein Foodtruck mit Currywurst und Bratwurst, natürlich deutsch. Und natürlich gibt es auch Kölsch. Prost! Leute, jetzt geht's los hier auf dem EA Booth mit Titanfall 2. Wir spielen hier mit ein ganzes Video und anderen Leuten, die meisten aus Amerika. Ja, es sind echt coole Dudes dabei. Hier ist der Joseph neben mir. Das ist ein richtig cooler. Und ja, wir spielen auf der Konsole. Hier geht schon die Party! Mal prokt! So, neighbor, how's it going? So, in der Mission, das ist derliche Stuttgart. Ha 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 ha, ha ha, ha ha! ,, das ist cool, ich liebe das. Ich liebe euch das! Ich liebe das, auch. Woaah! Oh, non, 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 nein, nein! Ha ha ha! Oh, no! Oh, oh! Oh, fuck. Ha ha ha! Ha ha ha, ha! Ja, meine Schnittchen, man startet wie gewohnt mit einem Absprung und wir spielen Hardpoint. Das heißt, wir müssen verschiedene Punkte einnehmen und diese halten. Ja, am Anfang kämpft man sich natürlich erstmal auf dem Battlefield vor. Er legt den einen oder anderen Gegner oder wird vielleicht auch gemacht. Nein, natürlich nicht. Wir spielen auf der Konsole, wie ihr schon gesehen habt. Deshalb war es eben echt ein bisschen schwer, gerade mit so einem MG. Aber wird schon. Ja, Karten sind recht offen. Die Titans, die müssen ja natürlich auch ein bisschen Platz haben. Deshalb sind, naja, die Wege manchmal ein bisschen weit. Und dafür gibt es quasi das neue Feature, diesen Grappling Hook. Da kann man sehr schnell hinter den Gegnern herrennen. Aber, naja, er hat mich leider erwartet. Ja, aber an sich, der Grappling Hook ist super, um mobil zu sein, um an höhere Stellen zu kommen, so wie hier. Die Übersicht zu bekommen, ein bisschen zu snipen, ein bisschen zu campen. Das heißt, ich glaube, der Sniper, der wird ganz stark. Oder halt auch so, die Positionsstellung auf dem Dach sind halt mega stark, weil man recht schnell da ist. Sehr mobil ist insgesamt. Und sehr schnell von A nach B. Nein, diesmal zu C kommt. Naja, aber natürlich gucken auch alle nach oben. Und man wird eher gesehen, weil man ja durch die Gegend kriegt. Aber auch hier sieht man super, wie man sich quasi über die Map wie so eine Spinne vorzieht. Du bist quasi Spider-Man und bist super schnell unterwegs. Was eigentlich sehr, sehr geil ist und das Spiel sehr schnell macht. Also, unglaublich, wie schnell das Ganze ist. Äh, noch schneller eigentlich als COD. Ähm, von daher, eigentlich schon geil. Also, hier, Punkte einnehmen. Ging sehr, sehr fix. Und, äh, ja, hat Spaß gemacht. Also, Grappling Hook, mega Empfehlung von mir. Äh, hat echt Bock gemacht. Finde ich ein geiles Feature. Und, ähm, man kann super damit campen. Ja, hier sieht man sogar, Waffenaufsätze werden freigeschaltet. Kann man da nachträglich leveln. Ja, vom Sound her war es auch sehr geil. Äh, Atmosphäre richtig gut gewesen. Und, äh, man hört natürlich auch die Spieler über die ganze Karte und kann sie dann einfach mal easy wegtreten. Das ist quasi der Nahkampf-Kill. Und, ähm, ja. So, sehr mobile Spiel. Äh, wie man sieht hier einfach zack, übers Haus drüber gejumpt. Und BOOM! Haha, da kassiert. Mega viel Spaß gemacht. Guck mal, die Nahkämpfe sind super geil. Man kann sogar mit dem Grappling Hook Leute, äh, ranziehen und die Nahkampf killen. Äh, habt ihr ja vorhin im Intro quasi so ein bisschen gesehen. Als die Leute noch AFK rumstanden. Und wir ein bisschen rumgeblödelt haben. Ähm, versuche ich dann an dieser Stelle jetzt gleich. Aber im Gameplay selber, naja, passiert das eher wenig. Irgendwie, hier hat es nicht ganz gehakelt. Äh, und auch so. Naja. Ein cooles Feature auf jeden Fall. Aber, sehr, sehr schwer zu bedienen. Aber ist halt auch Safe Kill, ne? Naja, wenn man sich an so einen Titan ranzieht, dann sollte man auch nicht unten an ihm rumrennen. Denn er trampelt einen sonst tot. Naja. Ja, die Titanen kommen langsam ins Spiel. Und das, was Titanfall ja ausmacht. Und, äh, die sind mal wieder mit gehörig Bums dabei. Aber kann man einfacher bekämpfen durch den Grappling Hook. Ähm, ha, hier wollte ich, hier wollte ich den Kill. Aber dann hat mich der Titane gemacht. Naja. Leveln tut man auch. Und, äh, ja. Eigentlich war es eine gute Runde. Natürlich erstmal ganz easy die erste Runde gewonnen. Leider fand ich keinen mit dem Grappling Hook direkt kriegen. Aber es hat mega viel Spaß gemacht, damit rumzufliegen. So, zweite Karte war Homestead. Und, äh, dort zeige ich euch mal ein bisschen mehr von den Titanfiles. Ähm, dort gibt es quasi keine Häuser außer ein mittleres Haus. Und, äh, ist komplett offen die Karte. Und, ähm, da wird richtig gefeilt. Da kann man ein bisschen sehen, dass man, ähm, doch fünf, sechs Schüsse braucht, um so einen Titan down zu kriegen. Ähm, bis sein Core schmilzt. Aber natürlich, was viel effektiver ist, auf ihn drauf zu springen und, ähm, den Kern zu entfernen. Macht viel mehr Damage als so ein blöder Schuss. Ist aber natürlich auch viel gefährlicher, äh, wenn man sich dem Titan nähert. Und, äh, man wird natürlich auch viel schon da gesehen. So, jetzt rufen wir einfach mal unseren Titan, der vom Himmel stürzt. So episch, wie es nun geht. Und, ähm, gehen natürlich direkt rein und versuchen einfach mal auch, äh, die kleinen Würmchen Platz zu drehen und, äh, andere Titans wegzumachen. Hier der Titan hat eine, ähm, naja, eine Kanone, ähm, die einen starken Schuss abgibt und sehr, sehr viel Schaden an den Titan zu machen. Wie man hier sieht, die platzen natürlich auch direkt, ähm, an Single Targets, also an, äh, normalen Menschen macht er irgendwie nicht so viel Schaden. Hatte ich zu mir so ein Gefühl. Aber hier sieht man zum Beispiel auch den, äh, den Nahkampf. Und dann, äh, ballert der einmal auf dem Boden. Ich glaube, das ist deutlich effektiver, äh, gegen die Männchen. Und, äh, hier werde ich stark in den Unterbefuß genommen. Das ist nicht sehr geil. Und, äh, ja, mit dem Emilia-Attack on the ground ist einfach viel geiler. Naja, wenn es dann soweit ist, muss man halt raus. Äh, der Titan explodiert und, ähm, man kann fliegen zumindest. Und mit dem Grappling-Hook ist man sehr, sehr schnell direkt woanders. Naja, habe ich zu viel mit dem Titan gespielt. Habe leider nicht den Escape geschafft. War super knapp die Runde. Naja, aber mit dem Titan war halt einfach witziger. In der zweiten Runde haben wir so knapp verloren. Ah, aber ich habe zumindest überlebt und konnte noch ein paar Leute ausschalten. So, die dritte und letzte Karte bei dem Event war der Vorposten Kodai. Ja, dort, äh, gehen wir nochmal auf den Titanen auch noch weiter ein. Ähm, wie man ihn fightet und wie man ihn vielleicht am besten nicht fightet. Ähm, manchmal überlebt man es ganz knapp, so wie in diesem Fall. Dann kann man, äh, ja, das direkte Gefecht suchen, den Kern deaktivieren, was mega viel Schaden macht. Und, ähm, danach kann man einfach weiter versuchen, den Nahkampf anzugreifen. Bindergranate, aber leider hat das nicht geklappt, weil ich vorher weggemacht wurde. Naja, schade, äh, weil sonst kriegt man den Titanen eigentlich relativ gut down. Ähm, auch der Map an sich, ich fand die die schwächste von allen. Ähm, weil die sehr verwinkelt, äh, ist und alle irgendwie am Campen waren in diesem, äh, großen Fabrikgebäude. Außenrum ein bisschen Land für die Titans und innen drin sehr viel Fabrik. Äh, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, weil Titanfall, finde ich, hat ein bisschen offenere Karten verdient. Gerade auch mit dem Grapplinghook, äh, konnte man auch der Karte nicht ganz so gut nutzen. Aber dafür haben wir hier am Ende noch richtig geil die Titans gefeilt. Und, äh, haben das immer gut eingesetzt, dass wir den Hook nehmen können und dann direkt drauf fliegen und, ähm, den Nahkampf am Griff machen. So, hier haben wir noch einen Titan von uns rumlaufen gehabt. Das ist ja das Feature, dass man einen Titan rufen kann. Und wenn man quasi dabei getötet wird, wenn man ihn ruft, dann, äh, läuft er und kämpft er erstmal automatisch, bis man sich ihn einsammelt. Und, äh, hier sieht man sehr, sehr gut, wie man mit einem Titan nicht unbedingt kämpfen sollte. Ähm, sehr, sehr schnell down, Fähigkeiten, naja, mehr wahllos eingesetzt. Aber, das ist halt Gameplay bei Peaksmeet. Genau, so seid ihr uns ja gewohnt. Ähm, ja, hier ein bisschen umgespielt, ein bisschen ausprobiert. Naja, auf der war einfach nicht meine Map, war einfach nicht meine Map. Ich war auf der einfach kacke. Es war schlecht. So, auf der war einfach nicht. Das war's. Ja, das war Titanfall. Der Grappling Hook war mega nice. Hat mir am besten gefallen. Geistes neues Feature. Vielleicht ein bisschen da rein von Naht. Aber auch der Controller war nicht so meins zum Aimen. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Gameplay. Wir werden ein paar Videos auf jeden Fall dazu machen. Und mit den Titanen die Welt unsicher machen. Also schaltet irgendwann mal rein. Wenn das Spiel dann endlich rauskommt. Oder wir die Bäder zocken dürfen. Und dort auch schon was Caption für euch. Also bleibt tight. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein, meine Schnittchen. Ciao. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020